Und schön, dass Sie sich bereit erklärt haben zu diesem kleinen Patienteninterview. Dann erzählen Sie doch mal, mit welchen Erkrankungen Sie sozusagen zu mir gekommen sind und zu diesem Service. Genau. Ich habe seit Jahren Asthma, das hat mein seliger Urgroßvater vererbt, genau wie das Morbus Bechtareff. Wobei bei mir halt nur der Verdacht eben bestanden hat, weil ich hier am Stamberger See keinen Arzt gefunden habe, der sich mit dieser Diagnose einlassen wollte. Bei meiner Mutter ist es diagnostiziert. Aber ich wurde da immer abgewimmelt und hingestellt wie ein eingebildeter Kranker. Was natürlich insofern eine witzige Nummer ist, weil ich bin selbstständig. Also mir bringt Kranksein rein überhaupt gar nichts. Also ich habe da nichts davon außer Stress. Und mir wurde jahrelang, also bestimmt über einen Zeitraum von 10, 15 Jahren immer gesagt, Ja, Maipur, da nimmst halt einfach deine Ibuprofen viermal im Tage 800er. Das geht wunderbar. Und zwischendurch kann man dann auch noch mit Novalgin aushelfen. Und wenn du nicht schlafen kannst, das war es letztinstanzlich, weil ich konnte eigentlich nachts auch nicht mehr länger als drei, vier Stunden schlafen. Da hieß es dann ganz flapsig, ah ja, Mai, da gibt es dann halt noch irgendwie Valium oder gute Schmerzmittel. Und das passt dann schon. Und dann ging es dann bei mir halt los mit Bluthochdruck und mit Verdauungsstörungen und Magenschmerzen. Also alles schon richtig chronisch. Und dann habe ich mich halt quasi ans Ende des Internets recherchiert und bin dann beim Herrn Dr. Salomon rausgekommen. Und da hatte ich dann das erste Mal quasi ein offenes Ohr. Und seitdem habe ich jetzt, seit 17. Februar, habe ich eine Cannabis-Medikation. Ich reagiere auf Cannabis sehr, sehr stark. Soll heißen, ich mache mir dann abends meinen Verdampfer, mache da so meine paar Bröckelchen rein, ziehe da zwischen fünf und zehnmal dran und dann dauert es noch, mei, vielleicht zehn Minuten, Viertelstunde. Und dann kann ich schlafen. Und zwar erstmalig seit Jahren wieder länger als eben vier Stunden. Mein Rekord war jetzt mal, dass ich mal zehn Stunden geschlafen habe und ich bin in der Früh aufgestanden. Und ich habe mich gefühlt wie neu geboren. Seit zwei Monaten nehme ich keine Blutdruckmedikamente mehr, mit dem Einverständnis von meinem Heilpraktiker. Die Werte sind genau wie zu der Zeit, als ich die Blutdruckmedikamente genommen habe. Und mein Wohlbefinden wird quasi von Tag zu Tag einfach besser. Wow, das ist jetzt ein sehr beeindruckender und toller Patientenverlauf. Was würden Sie denn sagen, sind so die Nachteile gewesen durch die Cannabis-Medikation? Wenn jetzt so Patienten das hier sehen, die damit überlegen, ob Cannabis was für sie sein könnte oder die das überhaupt noch nie gehört haben oder sich gar nicht vorstellen können. Wie sind denn die Rauschzustände und die Nebenwirkungen? Gab es da sowas auch? Da gibt es eine wichtige Geschichte. Also meine Frau schaut sich, wenn dieses unsägliche Germany's Next Topmodel Format läuft, das schaut sich meine Frau dann immer ganz gerne donnerstags an. Und das habe ich dann an dem Tag, wo ich aus der Apotheke das Cannabis geholt habe, habe ich das dann quasi das erste Mal benutzt, völlig unbedarft. Habe da ein bisschen öfters an meinem Verdampfer eben gezogen. Und was soll ich sagen, mir war das dann relativ wurscht mit diesem Fernsehformat. Ich habe dann nur noch gesagt, Schatzi, ich gehe jetzt ins Bett, habe das dann auch gemacht, habe dann auch irgendwie bei der Gelegenheit festgestellt, die Erde dreht sich und habe mich dann ins Bett gelegt und habe mal einen Fuß rausgehängt zum Bremsen. Das war aber das erste Mal. Und dann habe ich mich dann das nächste Mal, also am nächsten Tag habe ich dann halt nur noch ein Viertel davon genommen und habe mich dann halt langsam jetzt daran getastet, dass ich mich da halt eingewöhnt habe. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, ich habe keinerlei negative Erfahrungen gemacht. Vielleicht nur das eine durch den Wegfall dieser ganzen schulmedizinischen Medikamente hatte ich dann natürlich auch erstmal alle möglichen Zustände. Ich habe geschwitzt, ich habe, wie soll ich sagen, auch da wieder Verdauungsstörungen gekriegt, auch ein bisschen Hautprobleme. Und da habe ich mich dann einfach kurz geschlossen und der hat dann gemeint, ja, das ist ganz klar, du hast das Zeug seit Jahren genommen. Dein Körper reagiert jetzt quasi auch wie so eine Art Entzug. Da musst du jetzt einfach durch. Aber ansonsten eigentlich auf der ganzen Linie positiv, weil ich natürlich das Zeug nicht tagsüber konsumiere, weil ich einfach einen verantwortungsvollen Job habe und ich denke mal, es reicht mir, wenn ich nachts schlafen kann. Und ich habe auch keinerlei Intention, da irgendwie einen Rauschstand herbeizuführen. Und ja, ich schlafe einfach gut, das ist alles. Ansonsten habe ich bei meinem Leben nichts umgestellt. Ich fahre noch jeden Tag regelmäßig zu meinem Pferd und kümmere mich. Ich habe auch ernährungsmäßig nichts umgestellt. Aber durch den Wegfall der schulmedizinischen Medikamente habe ich jetzt auch insgesamt acht Kilo Gewicht verloren. Und das fühlt sich auch gut an. Also ich fühle mich nicht mehr so aufgestemmt und habe halt auch kein Wasser mehr in den Gelenken. Wow, also total großartig. Bei mir hat es sich richtig viel bewegt. Ja. Und was ich halt faszinierend finde, also das erste Rezept, was Sie mir geschrieben haben, das waren halt zehn Gramm. Das habe ich explizit am 17. Februar aus der Apotheke abgeholt. Jetzt haben wir heute, ja, Anfang Juli. Und ich habe von den zehn Gramm, habe ich bestimmt immer noch zweieinhalb Gramm zu Hause. Also ich habe da wirklich sehr, sehr wenig Verbrauch. Und ich muss sagen, wir haben auf der ganzen Linie gewonnen eigentlich. Wow. Also ich finde es total klasse. Total, total. Es freut mich auch als Alternativmediziner und als Schulmediziner auch. Also ich vertrete ja so eine Sonderrolle. Ich finde ja beides großartig. Und mich freut das immer, wenn Sie diese schweren Schulmedizinischen Medikamente weglassen können. Wir geben die auch total ungerne. Wir geben die halt nur da, wo es notwendig ist. Und da habe ich noch eine Frage. Wegen der Nebenwirkung haben Sie gesagt. Sie haben ja lange Beta-Blocker genommen. Und von denen ist ja bekannt, dass die, wenn man die abrupt absetzt, von jetzt auf gleich, dass die ganz schön, ja, also wie soll man sagen, dass man das nicht machen sollte, weil der Körper sich erst entwöhnen muss. Haben Sie das abrupt abgesetzt? Nee, ich habe mich da schon, und bevor wir unser erstes Gespräch hatten, habe ich mich schon über die Anweisung von meinem Hausarzt hinweggesetzt und habe dann statt, also der hat mir ursprünglich zweimal am Tag 10 Milligramm Beta-Blocker verschrieben gehabt. Und ich habe mir dann gedacht, so ey, du bist eigentlich noch zu jung für diese Medikation. Habe dann zweimal am Tag 5 Milligramm genommen. Und da war es mir die ganze Zeit immer irgendwie so drösselig und immer Kopfschmerzen und sowas. Und eben diese starke Gewichtszunahme. Und dann habe ich das auf einmal am Tag 5 Milligramm runtergesetzt, ohne ihn zu fragen. Ich weiß, das sollte man nicht tun. Kam damit einigermaßen zurecht. Und bevor ich es abgesetzt habe, habe ich über einen Zeitraum von ungefähr einem Jahr in der Früh nur noch 2,5 Milligramm genommen. Und dann habe ich es halt einfach, habe ich es halt einfach abgesetzt. Also ich habe es schon in irgendeiner Art und Weise auch ausgeschlichen, weil ich einfach die Ursprungsmedikation einfach viel zu hoch fand. Allein schon deswegen, weil der Blutdruck ja nicht so hoch war oder so gefährlich, wie es ursprünglich der Arzt halt hingestellt hat. Also ich hatte zu Beginn, wo der Beta-Blocker, wo er mir den verschrieben hat, war der untere Wert, Moment, jetzt ist es gerade hier weg, jetzt ab, war der untere Wert Blutdruck immer so um die 100 und der obere Wert immer um die 170 und mit Beta-Blocker war der obere Wert immer so um die 130, 140, manchmal 150 und der untere Wert so zwischen 80 und 90. Und jetzt halt mit Cannabis und ohne Beta-Blocker habe ich immer so Werte zwischen 130 und 150 oben, also der obere Wert und der untere Wert, der pendelt je nachdem, was ich halt für einen Stress habe, so zwischen, sag ich mal, 75 und maximal 110. Aber das Ganze immer bei einem Puls von, ja, 65, 70 und da habe ich aber dann schon einen stressigen Tag gehabt und da hat mich sehr, sehr viel bewegt. Also ich sehe da jetzt halt keinen, ja, wie soll ich sagen, ich bin jetzt ohne Beta-Blocker mit Cannabis abends rauchen und gut schlafen. Wenn ich den Wert mit Beta-Blockern vergleiche, muss man auch hier sagen, auf der ganzen Linie gewonnen. Super. Also mich freut das total, das zu hören und dann vielleicht noch eine Sache zu dieser besonderen telemedizinischen, also wir haben ja, Sie haben ja sozusagen ein Telemedizinportal benutzt und können Sie noch ein bisschen was dazu sagen? Wie waren da Ihre Erfahrungen und wie sind Sie vielleicht reingegangen? Ist ja auch vielleicht ganz neu gewesen für Sie. Ja, das ist jetzt also so gerade so Telemedizin oder Telechat oder auch das, was wir jetzt gerade machen mit diesem Zoom-Meeting. Das ist halt für mich Neuland. Also ich bin eigentlich immer noch ein sehr analoger Mensch, muss ich sagen. Ja, ich mag mich einfach nicht auf Fotos oder mit einer Kamera vorne dran. Aber ansonsten das Gespräch, was wir zwei da eben ursprünglich hatten, wo sie sich auch die Zeit eben genommen haben, ihre Anamnese zu machen, fand ich mich sehr gut abgeholt im Gegensatz zu dem Erlebnis. Das hatte ich Ihnen ja damals auch erzählt in unserem Chat. Ich war 14 Tage, drei Wochen vorher nach fast einem halben Jahr Wartezeit bei einem Rheumatologen bei unserem Starnberger See. Und auch der hat mich behandelt wie einen eingebildeten Kranken. Und eigentlich war ich da mit zwei Kniebeugen, einmal gerade hinstellen und das Untersuchen der Zehennägel, ob das irgendwie vielleicht mit Bechterew zusammenhängen könnte, war ich dann fünf Minuten wieder draußen. Eben auch wieder nur mit dem Dings auf dem Weg, ja, Mai 800er Ibus gehen immer. So. Und wir waren der erste Arzt seit Langem, der sich da einfach Zeit genommen hat und auch eben, wie soll ich sagen, mal über den Tellerrand rausgeschaut hat und mir auch bestätigt hat, dass man auch eben beim Bechterew zum Beispiel nicht dieses HLA B27 im Blut haben muss, sondern dass es einen nicht unerklecklichen Prozentsatz Leute gibt, wo man das im Blut nicht nachweisen kann und die trotzdem krank sind. Und ich wehre mich halt einfach dagegen, dass ich jetzt mit 55 Jahren als alter, kranker Mensch gerade noch irgendwie meine paar Jahre Arbeit abreiße und das Ganze mit Chemie. Also ich mag ja auch in 20 Jahren noch irgendwo eine Lebensqualität haben und ich denke mir halt auch, wenn die Chemie jetzt schon nicht mehr reicht, was nehme ich dann in 20 Jahren, wenn es mal schlimmer wird? Also da fand ich mich wirklich sehr, sehr gut aufgehoben und es macht keinen Unterschied, ob man telefoniert oder sich auf dem Handy halt ein bewegtes Bildchen anschaut oder ob man irgendwo zum Doktor geht und sich das da halt dann anschauen muss. Also das ist völlig egal. Ich meine, das ist das Zeichen der Zeit. Wir haben jetzt diese digitalen Medien und wenn jetzt nicht gerade irgendwo ein offener Knochenbruch da ist oder irgendwas zum Einrenken ist, finde ich, ist so ein Anruf besser. Man kann auch zu Corona stehen, wie man will. Aber auch hier finde ich, man muss nicht wegen jedem Schmarrn irgendwie in der Arztpraxis gehen und seine Patienten verteilen. Man kann es also durchaus auch eben über das Handy lösen, wenn man als Patient das nötige Verständnis hat und wenn der Arzt eben die nötigen Skills hat für sowas. Ja, super. Ja, sehe ich ganz genauso, Herr Longen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für dieses tolle Interview und ich glaube, das hat ganz vielen Menschen tolle Einblicke gegeben in ihre Geschichte, in ihre Erfolge, in ihre Erfahrung. Wenn es noch irgendwas gibt, was Sie gerne noch sagen möchten, können Sie das jetzt gerne noch tun. Ansonsten danke ich Ihnen erstmal hier sehr, sehr herzlich für diese tolle Gelegenheit. Ja, also das Einzige, was ich schlussendlich sagen kann, ist, dass auch der Patient sich nicht seiner Krankheit hingeben sollte, sondern auch versuchen sollte, über den Tellerrand zu schauen und ganz ehrlich, auch mit Cannabis ist genau wie mit Homöopathie, man kann nur gewinnen und wenn es nicht hilft oder einem nicht gut tut, dann hat man es zumindest ausprobiert und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, dass man herkömmliche Wege beschreitet. Aber wenn es so eine Erleichterung mit so wenig Aufwand irgendwie zu machen ist und es halt einfach ein gesundheitlicher Benefit dabei ist, finde ich es auch, ich muss es leider selber bezahlen. Meine Kasse, die BKK Mobile Oil, sträubt sich dagegen, dass sie Drogensucht finanziert, wie Sie es so schön gesagt haben am Telefon. Also wenn die Kasse es jetzt nicht zahlt, ich meine, dann muss man es halt selber zahlen, aber es ist ein Investment in die Zukunft und da sollte jeder Patient einfach zumindest mal ausprobiert haben, damit er sagen kann, okay, ist was für mich oder ist nichts für mich, weil nur Parolen weitergeben, die halt ganz klar gegen Zulassung von Cannabis zielen, das finde ich persönlich jetzt halt irgendwie nicht ganz zielführend einfach. Weil es wird ja auf der anderen Seite, wenn ich schaue, meine Mutter, der hat der Arzt vier Teledine am Tag verordnet, das ist ein Opiat, das ist dann auf einmal okay, aber wenn man jetzt halt ein paar Züge aus dem Verdampfer nimmt, dann ist man gleich ein Verbrecher und ich finde, da besteht auch von Seiten der Ärzteschaft einfach wirklich, wirklich Handlungsbedarf, dass man nicht so leichtfertig mit richtig harten Medikamenten umgeht, wenn es anders auch funktionieren kann. Ja, da stimme ich Ihnen auch zu, also genau aus diesem Grund wollen wir auch immer diese Patientenberichte filmen, weil wir wirklich sehen, dass Ärzte, also meine Kolleginnen und Kollegen einfach aus meiner Sicht viel zu schlecht informiert sind über die Alternativen und das ist ein wunderbares Medikament, ja, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, auf jeden Fall. Genau, so sehe ich das auch. Also ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben und dass ich eben halt das auch legal eben ausprobieren durfte, weil ich kann es mir auch nicht leisten, es halblegal zu machen, weil wenn ich meinen Führerschein verliere, kann ich meine Werkstatt zusperren und da bin ich meine Kunden los, also es ohne Legalität zu machen, wie es andere Leute geraten haben, wäre für mich existenzbedrohend gewesen und wie gesagt, ich bin froh, dass wir zwei da eben diese Lösung gefunden haben und dass das so geholfen hat und Sie haben es selber gesehen, wir haben am 17, also wir haben vor, Anfang Februar hatten wir zwei telefoniert, dann eben die Laufzeit des Schickens vom Rezept, am 17. Februar habe ich es abgeholt und jetzt habe ich bis heute, als ich sie wieder angerufen habe, keinerlei Befindlichkeiten gehabt und das ist eigentlich auch ein sehr guter Erfolg für sie.